Servus Berlin! Die Bayern sind DFB-Pokalsieger! Müller! Vorbei an Weidenfeller! Müller! Bayern München ist Pokalsieger! Kosta! Tor! Das war's! Die Bayern sind durch! Eintrachtersen war Volksfeststimmung. Mein Tor ist zugegangen! Schwierig haben es uns die Jungs auch gemacht. Aber richtig schwer! Gegen Rödingenhausen auch ein knappes Ergebnis. Darafinia schippt den rüber zum Sanchez! Den rüber zum Sanchez! Tor! Jawoll! Gut gespult! War sehr regnerisch. Der Thomas am Elfmeterpunkt! Lafto und schippt den lässt sich rein! Waren wir nicht hundertprozentig zufrieden, aber das Weiterkommen haben wir gesichert. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Ja, in Berlin hatten wir schon mal einen Vorgeschmack auf das Finalstadion. Wir haben ganz knapp 3-2 gewonnen nach Verlängerung. Und der Lewy! Der Lewy Grecken! Der schuppt! Nein! Und der Kinn ist da! Tor! Ein wahnsinns Pokalspiel, wie es nur im Pokal vielleicht vorkommt. Ecke von links! Der Leon steigt auf uns! 1-0! FC Bayern! Das gibt's doch nicht! Jetzt führen die bei uns! Liebeleid! Müller! Yes! Tor! Auf geht's! Müller! Und rüber zum Lewy! Lewy macht den! Ausgleich! Ja, der Spielverlauf war schon fast verrückt. Jetzt Kasperl! Kreuzgut zinesen! Das gibt's doch nicht! Komm, Lewy, Lewy! Jawoll! Da ist er! Wird uns in Erinnerung bleiben. Ja, nein! Der Thomas ist wieder da! Die Bremer haben alles reingelegt. Geht weiter! 2-2! Mei, yo, mei! War eine ganz harte Nuss. Und wieder der Lewy vom Elfer! Yes! Da ist er! Berlin! Wir kommen! Weil wir sind wir! Ne! Und wieder zu creepy! Ja, wir kommen! feedingede